Schön, dass Sie wieder dabei sind bei Kintex TV. Heute eine Anlage speziell für den Halux Valgus. Wir haben dafür zwei Streifen vorbereitet, einen Streifen des Kintex Pre-Cuts und einen Streifen des Classic Tapes, den wir zugeschnitten haben auf 15 cm. Meine Kollegin wird Ihnen jetzt zeigen, wie das Ganze funktioniert. Zuerst reißen wir den Pre-Cut auf ca. 15 cm ein, lösen das Trägerpapier und legen die Basis ohne Zug am Zehengrundgelenk auf. Wir lösen das Trägerpapier des ersten Zügels, gehen um den Zeh herum über das Zehengrundgelenk und kleben die Basis ohne Zug auf, um dann den zweiten Zügel außen herum nach innen rein ohne Zug auf die Basis des Grundgelenks zu kleben. Wir reiben das Ganze etwas an und nehmen dann einen Streifen Classic Tape, lösen das Trägerpapier, um es unter maximalem Zug über das Zehengrundgelenk aufzukleben. Zum Schluss reiben wir alles noch einmal kräftig an, um durch die erzeugte Wärme und den Druck die Klebkraft des Tapes zu verstärken.